Guti, guti! Oh, Tierdesigner, hast du den Maulwurf? Oh ja, dem Typen habe ich sowas von meiner Fäuste aufs Maul geworfen. Nein, du solltest dich nicht prügeln, das Tier heißt Maulwurf. Was? Warum? Ich habe keine Ideen mehr, ich hänge willkürlich Wörter zusammen. Ich habe den Typen fast unter die Erde gebracht. Haha, du inspirierst mich, lass uns den Maulwurf auch fast blind machen, mit einer riesen Nase. Das ist nicht witzig, ich kann nicht mehr sehen, wo vorne und hinten ist. Ja, sein Haus soll in einem Labyrinth sein, im Boden. Am Boden? In! In einer Hölle? Das, wo wir draufstehen, da drin. Aber der Boden ist massiv, ich weiß das, ich bin mehrmals draufgeschlagen. Oh, da fährt er riesige Hände zum Graben, direkt unter dem Kopf, so wie du. So sehe ich nicht aus. Wow, ich gucke dich wirklich nicht oft an. Wie viele Finger hast du nochmal? Zehn? Sicher nicht zwölf, wie der Maulwurf? Bitten Sie, was machen Sie hier super Radarnasen, Stinkel, Uff, Atmung, das Bagger schaufelt ihr doch alleine, ich bin raus. Nein, ich habe doch ein Lieblingsessen, Würmerflottschitata.